Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, ich freue mich immer ganz besonders über die vielen, vielen tollen Kommentare unter meinen Videos. Unglaublich spannende, auch unglaublich tiefgehende Kommentare. Und ja, auch Kommentare, wo ich auch noch ganz, ganz, ganz viel daraus lernen kann, wo ich denke, wow, was für tolle Kommentare. Auch einige, die wirklich nochmal darauf eingehen, auf dieses Thema Liebe und auch auf das Thema Gott, der Schöpfer, die göttliche Kraft. Und ja, ich gehe davon aus, das ist meine Meinung anhand auch meiner Recherchen, dass Gott einzig und alleine Liebe ist. Und dass wir hier sind, das ist meine Überzeugung, hier sind, um Liebe zu verbreiten, umzuteilen, umzulieben. Vor allen Dingen wieder, kommen wir wieder zum Thema, anzufangen, mich selbst zu lieben. Die allerhöchste Aufgabe, die allerschwierigste Aufgabe, mich selbst auch zu verzeihen, mir selbst auch zu verzeihen. Ja, das ist auch unglaublich wichtig und unglaublich schwer. Wie oft höre ich bei Menschen, auch in der eigenen Familie, die mir sagen, ich mache mir Vorwürfe, das hätte ich vielleicht besser anders gemacht. Ich hätte gar nichts anders machen können, denn genau so musste es sein. Ich habe mich dazu entschieden. In dem Augenblick, wo ich mich zu etwas entscheide und es auch tue, ist es vorbei. Da bringt es nichts, mir Vorwürfe zu machen, zu sagen, ich hätte es anders machen können. Natürlich heißt es nicht vergessen, weil ich kann daraus lernen, ja. Ich habe auch in meinem Leben Fehler gemacht, große Fehler, aus denen ich nachher gelernt habe und wo ich manchmal sogar gedacht habe, ein Glück, dass ich diesen Fehler zu dem Zeitpunkt gemacht habe, denn es hat mich davor bewahrt, später vielleicht einen noch viel größeren Fehler zu machen. Verzeiht euch, seht das Leben als eine wunderschöne Reise, auf der ihr die ganze Zeit lernt und lernt und lernt und lernt, immer weiter lernt und immer stärker werdet und auch immer mehr eure Aufgaben bewältigt. Das Leben ist eine Reise und irgendwann verlassen wir diese Erde. Die meisten Menschen aber, die hier sind, vergessen, wirklich vergessen, dass sie eigentlich nur eine kurze Zeit hier sind. Ich hatte gestern ein wunderbares Gespräch mit einer sehr, sehr lieben, bildhübschen jungen Frau, die jedenfalls ein Klamottenlädchen eröffnet hat, für junge Frauen eher, aber schöne Sachen, wirklich schöne Sachen. Und ich gehe da eigentlich meistens nur rein, auch vor allen Dingen, um mich mit dieser jungen, hübschen Frau und auch klugen Frau zu unterhalten. Und da erzählt sie mir, dass sie wirklich Kundinnen hat, die sind 86 und erzählen ihr dann ein bisschen von ihrem Leben. Das ist noch so ein Lädchen, wo man ganz viel persönliche Aufmerksamkeit bekommt. Und sie sagte dann, ja, hier sind Damen, die sind über 80 und weit über 80 und die erzählen mir dann, dass sie also, ja, eigentlich nicht, also übersetzt dann, dass sie ja nicht so viel Geld ausgeben möchten für die Sachen dann, oder sich nicht so viel kaufen möchten, weil sie ja noch das Geld brauchen für die Zukunft, für die vielen, vielen Jahre, die sie noch haben. Und sie sagte dann, ich verstehe nicht, dass diese Menschen, diese Frauen, in dem Fall Frauen, dass die nicht einfach mehr leben, sich wirklich dann mal, auch wenn sie sagen, okay, es ist nicht mehr so viel da, ich weiß, es gibt auch Zuschauer, die können sich das gar nicht leisten, das weiß ich. Ich habe eine Freundin, eine ältere Dame, die kann sich keine Tasse Kaffee im Monat leisten, weil diese 1,50 Euro auch in einem preiswerten Laden, ja, wo sie guckt, wo die Tasse Kaffee 1,50 Euro kostet, das würde ihr, ihr Budget sprengen. Das gibt es, absolut. Aber es gibt auch Damen, die haben tausende Euro auf dem Konto und sagen, nö, Tasse Kaffee gönne ich mir jetzt nicht, weil das, ja, das, das, nee, ich habe ja, muss ja für die Zukunft noch, an die Zukunft denken. Ich kenne viele Menschen, die so sind, auch Menschen, die 60, auch mit 60, habe ich vielleicht gar nicht mehr so lange. Genießt, genießt den Moment, genießt den Moment. Und wenn euch nach einer Tasse Kaffee zumute ist, dann trinkt die Tasse Kaffee, wenn ihr wirklich, also wie gesagt, es gibt leider auch Menschen und immer mehr Menschen, die nicht eine Tasse Kaffee sich leisten können, auch die anstehen müssen, um Essen zu bekommen von anderen. Versucht euch da auch gegenseitig zu helfen, wenn ihr wisst, dass eure Nachbarin bei der Tafel anstehen muss und ihr habt zu viel gekocht. Übrigens, auch das nochmal hier gesagt, schmeißt kein Essen weg, versucht es zu verteilen, ja. Versucht es, da gibt es auch im Internet inzwischen ganz tolle Gruppen, wo zumindest in den Niederlanden und ich glaube in Aachen gibt es es auch, wo man gegenseitig auch Essen verteilt oder anderen Essen bringt. Das sind alles Denkweisen, die wirklich, ja, wo wir uns langsam in eine neue Richtung entwickeln. Einige sagen, nee, kann ich nicht machen, die Reste an Nachbarn geben. Die Reste sind doch noch gut, die Reste ist doch nichts Schlimmes mit. Ja, einige sagen, jetzt in der C-Zeit geht das schon mal gar nicht. Also da kriegt man manchmal auch ganz, ganz komische Kommentare. Wir haben hier Ostern gefeiert in der Familie und da wurde aus Spaß so gesagt, ich hatte den Löffel abgeleckt und dann sagte jemand aus der Familie, aber nicht den Löffel wieder da reinstecken, dann kriegen wir alle C, ja. Und dann habe ich gesagt, wie, ja, dann kriegt ihr alle Claudia. Klar, also so Späßchen, okay, die gehören dazu. Aber versucht zu teilen und versucht auch zu leben, im Moment zu leben. So viele Menschen haben Streit wegen Kleinigkeiten. Manchmal auch wegen ein Haus, was zu nah an einer Grenze steht, über einen Zaun, über ein Stückchen Grundstück. Ich kann euch sagen, wer sich da kaputt lacht. Das Grundstück lacht sich kaputt, ja, das Grundstück lacht sich kaputt. Weil das Grundstück weiß natürlich, es wird überleben, ja, es wird. Wir sind viel schneller nicht mehr da als das Grundstück. Die Erde ist immer da, ja, das Grundstück. Es denkt sich, die sind doch nicht ganz dicht. Ich bin noch in tausend Jahren hier oder in zehntausend Jahren vielleicht. Es ist ja auch schon tausende von Jahren da. Und der Mensch, der streitet sich, wem das kleine Grundstückchen gehört oder wem der Zaun gehört oder wem das Haus gehört. Ich kann euch sagen, in 99% der Fälle werden sämtliche Häuser, Grundstücke, Kirchen, was auch immer, werden uns überleben, ja. Das sind Steine. Das ist eine andere Materie. Die sind nicht so beweglich, die sind fest, ist auch Energie. Und die werden uns überleben. Welcher Stein? Schaut euch mal am Strand an, ja. Welche Felsen da sind in Jahrtausenden von Jahren. Schöne Felsformationen entstanden. Genießt diese Felsformationen. Liebt das, was da entstanden ist. Macht euch doch keine Gedanken. Ja klar, einige werden sagen, ne, aber so leicht kann ich das Grundstück nicht aufgeben. Und die Streitigkeit mit meinem Nachbarn, die sind schon so lange und da geht es um ein, zwei, drei Zentimeter. Manchmal lernen wir erst im Alter, wie unwichtig diese Dinge sind. Leider, ja, leider, wenn es fast zu spät ist. Macht euch diese Gedanken erst gar nicht. Versucht wirklich in Liebe zu leben. Und wenn ihr in dieser Liebe lebt, in dieser Positivität, in dieser positiven Energie, glaubt mir, all diese Menschen kommen dann auch in Liebe auf euch zu. Und ihr werdet auch ganz viel Liebe zurückbekommen. Es lohnt sich nicht, über kleine Dinge zu streiten. Und es lohnt sich auch nicht, über, ja, über Nebensächlichkeiten sich Gedanken zu machen. Wie gesagt, wenn ich 80 bin, ja, und dann zu denken, oh, ich darf nichts abgeben, ich kann auch nichts teilen, ich kann auch nichts weggeben, weil ich habe ja vielleicht noch lange. Glaubt mir, der Zeitpunkt, an dem ihr geht, ist vielleicht viel schneller da, als ihr es euch vorstellen könnt. Das gilt übrigens auch für 60, für 40 und das gilt auch für 20. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne, der hier zuhört, noch ganz, ganz, ganz viele Jahre auf dieser Erde ein ganz tolles Leben, ein erfülltes, ein erfülltes Leben haben darf. Ein erfülltes Leben heißt vor allen Dingen ein Leben in der Liebe, ein Leben im Teilen, ein Leben füreinander. Und wir haben jetzt, und das ist das Positive, glaube ich, an dieser schwierigen Zeit, die womöglich jetzt, weiß ich nicht, wird es schwieriger, es wird einige Dinge geben, die vielleicht nicht mehr ganz so in Massen vorrätig sind. Ich war dieser Tage beim Bäcker und habe für Ostern dann auch Kuchen gekauft. Und dann habe ich gedacht, ich stand beim Bäcker und habe gedacht, guckt ihr mal diese Hülle und Fülle an Kuchen, an Gebäck, an Brot, an alles. Guckt ihr das mal an, was es hier alles gibt, wie viel das ist, wie viel Auswahl der ist, ja. Klar, es ist alles ein kleines bisschen teurer geworden, aber jetzt noch zumindest ist es alles im, ja, relativ grünen Bereich. Aber es ist immer noch so, dass wir so unglaublich viel haben und wir haben, wir werden auch so von der Natur, von allem beschenkt. Und wenn ihr übrig habt von eurem Kuchen, teilt, gebt ihn an die Nachbarn, an die Nachbarin, die sonst vielleicht zur Tafel gehen würde. Die Tafeln haben weniger, es wird weniger gegeben, es wird weniger gespendet. Klar, weil die Supermärkte vielleicht auch weniger Vorräte haben und damit auch mehr vielleicht auch ausverkauft wird. Die sind vielleicht auch so, dass sie jetzt besser wirtschaften, ja, strenger wirtschaften. Es ist ja auch alles, wie gesagt, auch für die Supermärkte teurer geworden. Aber dann füllt doch diese Lücke als einzelne Privatmenschen. Und wenn ihr einen halben Kuchen übrig habt oder nur ein Stück, bringt es zur Nachbarin oder zum Nachbarn und sagt, magst du nicht ein Stück Kuchen? Wir haben es übrig, wir freuen uns, wenn du es genießen kannst, ja. Also, teilt, seid füreinander da und dann wird es alles nur noch viel, viel, viel schöner. Glaubt mir. Glauben.